So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Heute eine Folge wilde Experimente mit den Gala-Vögeln. Ihr seht hier Gala Zapdos ganz links, Gala Arctos ganz rechts. Und hinter diesem Handy verbirgt sich auch noch Gala Lavados. Ganz oben seht ihr noch Gala Ramses in der Ecke, aber darum geht es heute nicht. Ich habe letztens einen Aufruf gestartet und gefragt, wer hat die Gala-Vögel? Wer ist vielleicht gerade Glücksfreund? Und wer ist nicht Glücksfreund, hat die Gala-Vögel, will Glücksfreund werden, damit wir Mirror Trades machen können. Denn ich wollte alle drei Gala-Vögel als Luckys besitzen. Habe es jetzt auch geschafft, wenn ich hier mal draufgehe, Gala eingebe. Seht ihr hier, wir haben Arctos von Ichtudomo bekommen. Grüße gehen raus an Ichtudomo für dieses Gala, für dieses Lucky Gala Arctos. Dann haben wir hier Ramses der Zweite, das Lavados von Kose Linchen. Grüße gehen raus an Kose Linchen. Und wir haben auch Galazapdos in Lucky bekommen von Blood and Tears. Blood and Tears. Benjamin hat eine lustige Idee geschrieben und gesagt, du könntest die drei Vögel ja mal testen in der Go-Kampf-Liga. Jetzt habe ich gedacht, man könnte das in der 1500er testen, in der 2500er und in der 3500er. Der ist aber leider schon eh über 1.8, der ist jetzt hier bei, also über 1.5, der ist bei 1.8. Ich möchte jetzt erstmal probieren. Ich muss mal ganz kurz schauen. Ich will eigentlich alle drei pushen. Sowieso auf Level 40. Warum auch immer, will ich einfach so machen. Die sind natürlich alle, haben weniger Kosten. Seht ihr ja am Sternenstaub. Der Sternenstaub ist goldig. Sind halbierte Kosten fürs Pushen, weil es ja Glücks sind. Wie viel bräuchte ich an normalen Bonbons? Ich bräuchte 252 Bonbons. 240.000 Staub. XL ist egal. Auf 50 wird nichts gemacht, was nicht 100 ist. Außerdem habe ich auch keine XL Bonbons. Müsste dann erstmal meine normalen Sachen auf 50 pushen bei den Vögeln. So, 252 brauche ich. Ich habe 180. Das heißt, wir brauchen 5, 6, 7, 72 Bonbons. Muss ich umwandeln aus den Sonderbonbons heraus. Ach, man sieht das sowieso schon so. Man muss das gar nicht rechnen. Also 252 brauche ich, habe ich gesagt. So, Wandler. Okay. Habe jetzt 252. Passt. Das gleiche würden wir hier machen. Müssen wir mal kurz schauen, wie viel bräuchten wir hier. 304. Wir gehen also wieder auf die Items. Wandeln mal um, dass wir 304 Bonbons haben. Für das Lavados. 300. Ja, das dauert ein bisschen. 304. Das sind alles Sonderbonbons, die man eigentlich in Zarude hätte stecken können. Um das mal auf 50 zu machen. Aber haben wir ja auch kein 100%iges. Deswegen wartet lieber ab. Ihr wisst nicht, was noch passiert. Und hier brauchen wir 302. Oh, und wir haben schon 339. Das ist sehr gut. Wie viel habe ich denn jetzt überhaupt noch übrig bei den Bonbons? Bei den Sonderbonbons. Wir haben noch 542 Sonderbonbons übrig. Wir könnten jetzt bei jedem eine zweite Attacke hinzufügen. Dieses Arktors ist ja zum Beispiel Psycho und Flug. Der hat auch, um es euch mal zu zeigen, wenn ich eine Top-Sofort-TM nehme, sehe ich, was der für Attacken alle hat. Im Sofort. Der hat Psychoklinge, Konfusion. Ich lasse jetzt Psychoklinge drin. Der hat gerade Antikkraft, ist nicht Same-Type-Attacke. Der hätte ja noch Flug. Wenn wir hier hingehen, sehen wir, wir könnten Sturzflug, was wenigstens derselbe Typ ist. Oder Seah machen, was derselbe Typ ist. Da ich aber gerade eigentlich keine zweite Ladeattacke hinzugeben wollte, habe ich aus Spaß Antikkraft drin gelassen. Seah wäre vielleicht, obwohl der hat ja schon eine Psychoattacke, Flug, das dauert so lang. Sollte man mit denen wirklich wagen, zweite Ladeattacke und dann Spaß haben. Weil ansonsten haben die alle jetzt Antikkraft 70-3 geteilt. Lavados ist vom Typ, wir machen das mal hier weg, dass ihr das auch seht, dass das Lavados ist. So. Typ Unlicht und Flug hat Tiefschlag als Sofortattacke. Was hätte er noch als Sofortattacke? Flügelschlag. Wir haben ja jetzt aber mit Unlicht drin. Haben wieder Antikkraft. Statt Antikkraft könnten wir nehmen auch Sturzflug und Gegenstoß. Ich glaube, Sturzflug und Antikkraft haben alle drei. Der andere hat halt Seah als Psycho, der hat Gegenstoß als Unlicht. Und Zapdos vom Typ Kampf und Flug hat neben Sturzflug und Antikkraft sogar noch eine Kampfattacke, die wir beibringen könnten, nämlich Nahkampf. Das sind auf jeden Fall interessante Kombinationen. Der hat aber nur Konda, da brauche ich gar nicht auf was anderes drücken. Ich kann auch hier bei der Sofort, steht gleich da, kann keine anderen Attacken erlernen. Er hat nur Konda als Sofortattacke. Wir können ja jetzt mal probieren, die an die 2-5er-Grenze ranzuführen. Das ist einmal so, auf 2-4-9-2. Da springt er hoch und freut sich, den auch an die 2-5er-Grenze ranzuführen. Wie weit wäre er gekommen bei 1-5? 1.463. Naja, wir müssen auf die 2-5er-Grenze. Genau. Das sind dann hier 2.483. Und der letzte wäre, bei der 1-5er-Grenze, 1-4-7-4 und bei der 2-5er, 2-4-9-0. So, spielen ja auch viele mit Giratina, kannst du mit Unlicht natürlich punkten. Das ist eine gute Sache. Jetzt muss ich aber mal gucken, wir haben jetzt die 3 Vögel auf 2-4. Ich glaube, man kann momentan gar nicht in der Hyperliga kämpfen oder so. Wir haben den Element Cup bis 500. Wir haben den Post-Event-Funk-Cup Singapur. Ja, ich hatte ein Ticket für Singapur. Wenn jetzt die Leute wieder sagen, du böser Spoofer, dich melde ich. Du sollst nicht für irgendwelche Events Tickets kaufen. Ich kaufe mir schon alleine. Ich bin ein Freak. Ich kaufe mir schon alleine, aber die Tickets wegen der Medaille. Und wenn ihr mal auf den Post-Event-Funk-Cup Singapur geht, seht ihr, da ist nichts empfohlen. Da ist nichts drin. Ich kann nichts auswählen, weil kein einziges Pokémon von Singapur ist und ich Singapur nicht gespielt habe. Und ich könnte nicht mal einen Post-Event-Funk-Cup Singapur spielen. Was ich spielen kann, ist Meister-Liga. Wäre ja jetzt aber doof, wenn wir das spielen mit zwei Fünfern. Also müssen wir nochmal zurück und müssen diese blöden Galler-Vögel, die so richtig blöd sind, weiter pushen. Bis Level 40 zumindest. Die XL-Bombombs lassen wir mal weg. Und kommen jetzt hier von 2400 auf 3489. Ja, das sieht auf jeden Fall gut aus. Das gleiche machen wir bei dem hier auch. So weit wie es geht. Ohne XL auf 3100. Seht ihr das? Jetzt schon den Unterschied. Das Zapdos. Mein Wappentier. Auch in der Hässlich-Version. Kommt viel höher als ein Lava-Dos. Ich möchte ja hier nicht angeben. Aber wir gucken mal, was Arctos noch so zu bieten hat. Den ziehen wir jetzt auch mal hoch. So. Oh mein Gott. Arctos. Warum? Arctos kommt auf 3.5. Hm. Das heißt, Arctos überholt damit sogar auch Zapdos. Ich nehme alles zurück. Bis jetzt war es immer so, dass eigentlich Zapdos mit am höchsten ist. Dann Lava-Dos. Und dann Arctos ganz abgelegen hinten. Die Galler-Versionen sind wahrscheinlich anders verteilt. Da hätte Arctos das höchste. Hätte auch insgesamt... Ach, jetzt können wir gar nicht gucken. Hä? Ist das eine Neuerung? Normal, wenn du hier auf Power-Ups gehst, kannst du gar nichts drücken. Wenn du jetzt drauf gehst, kommt schon direkt, dass du umwandeln sollst oder umwandeln kannst für die Nächsten. Das habe ich noch gar nicht bemerkt, dass es das jetzt gibt. Guck mal, der ist bei 50 gerade mal auf 3.500. Und er kommt auf 3.900, fast 4.000. Wir werden jetzt einfach mit diesen Pokémon eine Runde in der Meisterliga spielen. Einfach nur so aus Spaß. Wieder Galler rein. Darf man überhaupt nehmen? Ja, wir nehmen mal jetzt als erstes. Was wird denn zuerst drin sein? Äh, wir nehmen zuerst Kampf-Psycho? Kampf-Psycho. Wir machen Kampf und nicht Psycho. So in der Reihenfolge. Wir stürzen uns mal ganz kurz in die Meisterliga. Gucken, was uns erwartet. Ein Kampf einfach so aus Spaß. Und irgendwann könnte man vielleicht eine zweite Ladeattacke hinzufügen und nochmal aus Spaß kämpfen. Aber das muss ich mir noch schwer überlegen. Wenn ihr es sagt, das ist richtig geil. Und ihr wollt unbedingt sehen, was die mit einer zweiten Ladeattacke so können, dann sagt Bescheid. So, jetzt. Wie sind wir denn aufgestellt? Wir sind aufgestellt mit, wir haben Antikkraft, was als Gesteinsatacke ja an sich sehr gut ist. Wenn wir irgendwann dazu kommen, die mal zu machen. Wir kommen gerade nicht dazu, die zu machen. Er bringt uns halb um. Psycho wäre jetzt auch nicht gut. Unlicht wäre jetzt auch nicht gut. Wir verlassen uns also ganz auf unsere Antikkraft mit Gestein. Vielleicht werden wir ja sogar geboostet. Ich glaube, das macht ja manchmal was. Dass es auch die Verteidigung erhöht und den Angriffswert erhöht. Lass bitte, bitte. Nein, er darf wieder zuerst. Ach, leck mich doch am Zykerli jetzt. Es dauert, es dauert. Also, das ist ein richtig schlechtes Pokémon, ja. Und das ist schon eine dreigeteilte Attacke. Wenn ich jetzt was anderes genommen hätte, was ein ganzer Balgen ist, dann würde ich wahrscheinlich morgen noch da sitzen. So, er hat keine mehr, ich habe keine mehr. Das ist sehr gut. Ich wechsle mal kurz raus. Weil ich habe ja hier auch Antikkraft. Er kämpft eh mit Drachenklaue, wie ich gesehen habe. Oder was macht er jetzt? Vielleicht macht er jetzt auch Orkorn. Er macht immer noch Drachenklaue. Und jetzt bitte, hau ihm eine Antikkraft an die Nase, dann ist der wenigstens weg. Das Lavathos sieht immer noch sehr merkwürdig aus, weil das hat irgendwie so eine lange Schnauze, so einen Schnabel. Das ist sehr effektiv. Wir haben ja einmal getroffen. Was holt der jetzt hier rein? Stalobor. Boah, jetzt habe ich schon wieder vergessen, was wir eigentlich für eine normale Attacke haben. Aber ich bin jetzt eh tot. Habe aber, ja, bei meinem Zapdos Kampf. Achso, das hat, glaube ich, Unlicht, genau. Ich kann eh nichts machen. Ich kann jetzt ja nicht wechseln. Ich hatte ja erst gewechselt. Das heißt, wir bleiben jetzt beide mal mit dem hier drin. Müssen wir ja auch. Oh, und nochmal Stahl. Na, das ist doch auch gut. Ich warte jetzt einfach, bis ich tot bin. Obwohl, so lange lädt er natürlich seine... Ach, Bruder, so lange lädst du auf. Hier. Was? Wieso ist denn der Zapdos halb tot? Ich habe gedacht, wir haben noch die Hälfte Energie übrig. Ich glaube, das hat bei dem Wechsel nicht so gut... Hä, wir waren... War mir so schlecht? Ich dachte, ich habe rausgewechselt, bevor der kurz vor Verendung war. Aber wahrscheinlich habe ich mich verguckt. Ich habe jetzt gedacht, ich habe wenigstens ein Drittel Energie noch übrig, dass ich ein bisschen draufhauen kann. Aber, ja, hat jetzt nichts gebracht. Das war jetzt richtiger Mist, war das. Und jetzt, guckt euch das an. Was willst du jetzt noch machen? Der haut noch einmal drauf, dann bin ich weg. Aber das ist super. Dann geht das Video nämlich nur zwölf Minuten. Das ist nicht zu lang. Das ist keine Folge Ramses Minus. Das sind wilde Experimente mit den Galervögeln. Und ich bin tot. Ich glaube, eine zweite Attacke hätte mir jetzt auch nicht so viel gebracht in dem Sinn, weil die ja viel länger noch gebraucht hätten, bis sie vollgeladen sind. Also lasse ich lieber die Vögel so, wie die sind. Galari, genau. Nach WP sortiert sind das jetzt noch nicht mal meine drei fettesten. Nö, aus der Galar-Region habt ihr hier natürlich Sakian. Ihr habt hier Zarude. Und dann kommt Arctos jetzt da oben. Das ist sehr schön. Das ist wunderbar. Das freut mich so. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr schon einen Galervogel gefangen? Ja, nein, vielleicht. Habt ihr schon alle drei? Welchen habt ihr? Habt ihr vielleicht auch einen Lucky? Was haltet ihr generell von den Galervögeln? Und der Tatsache, dass sie nur aus dem Rauch kommen. Ich fand es super und hatte immer wieder ein Ziel, jeden Tag meinen Rauch zu machen. Mich drauf zu freuen, dieses zu vervollständigen, als wenn die in Raids gewesen wären. Ein Pass, ein Vogel, fertig, langweilig. Wir brauchen das Nächste. Hat irgendwo trotzdem eine Langzeitmotivation? Finde ich. Also ich finde den Abenteuerrauch immer noch genial. Auch weil man da manchmal Sachen hat, die sonst nur aus Eiern kommen oder sonst nur in Raids waren. Oder hauptsächlich Eiern, wie gesagt. Deswegen Abenteuerrauch, gutes Ding. Trotzdem schlechter Kampf. Das war es von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Kommt mir die ganze Galerregion hoch.